Ja, Matthias Plachtaar, Dauerbrenner, richtiger Monomer, wie man sagen kann, nach all der Zeit, die du hier bist, das belegen ja auch deine Statistiken, du hast die zweitmeisten Tore, die meisten Assists und die meisten Punkte der Adler Mannheim aller Zeiten, wie fühlt sich das an, so jemand zu sein? Ich glaube, wir kennen uns jetzt schon lange genug, dass du das wissen würdest, dass es mir jetzt nicht so zu Kopf steigt. Ich denke da nicht so viel drüber nach. Für mich ist es wichtig, einfach erstmal Spaß zu haben im Eishockey, was ich immer noch habe und ich bin einfach glücklich, dass ich immer noch hier spielen kann und darf und ja, machen wir einfach weiter, so nehme ich an. Ja, ich habe es dir vorher noch gesagt, ich preise dich heute ein kleines bisschen, da hast du gesagt, mach es nicht, aber ich kann mir das natürlich nicht nehmen lassen, du hast ja wirklich jetzt einige Schritte in den Statistiken nach oben gemacht. Apropos Statistiken, momentan bist du Topscorer auch der Liga, das hilft natürlich der Mannschaft dann auch direkt jetzt im Spiel momentan, also in den Spielen momentan. Ja, du bist super drauf. Wie schaffst du es, Jahr für Jahr wirklich immer da top zu sein? Ja, ich habe einfach einen großen Anspruch an mich selber. Ich glaube, im Sommer, der Sommer ist immer kurz, jedes Jahr für mich mit den ganzen WMs und etc., was immer dazukommt und da muss man irgendwie auf seinen Körper auch ein bisschen achten. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein bisschen zur Routine geworden, dieses Jahr mit dem Wolfi zusammen trainiert im Sommer und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Da spornen wir uns gegenseitig an, haben ein gutes Gefühl für unsere Körper. Mittlerweile sind wir jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, deswegen muss man da auch ein bisschen Abstriche machen, was man genau macht, wie man trainiert und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht im Sommer. Ich glaube, bei uns zwei läuft es beiden sehr, sehr gut und allgemein mit der Mannschaft macht es riesen viel Spaß, deswegen probieren wir das einfach so weiterzuziehen. Apropos Dund Wolfi, er spielt in der Reihe schon lange zusammen als Außen in der Mitte. Desi früher, jetzt war eigentlich Gordet geplant, der ist verletzt. Läubel macht, finde ich, seine Sache sehr, sehr gut. Der Läubel ist, finde ich, im letzten Jahr richtig zu einem Mann gereift, was seine spielerischen Qualitäten angeht. Als er in Schweden war, da hat er nochmal den Feindschiff bekommen, so sehe ich es, wie siehst du es? Ja, ich glaube, als er von Straubing her gekommen ist, ist es nie einfach, zu so einem größeren Top-Club zu kommen. Natürlich hat man, wie man jeder weiß, jeder hat Ansprüche an sich selber, aber ich glaube, wenn man zu so einer Mannschaft kommt, ist es erstmal schwer, seinen Platz zu finden und sich wohl zu fühlen. Aber ich glaube, in Schweden hat er mental sehr, sehr viel zugelegt, körperlich und auch spielerisch sich weiterentwickelt und ich glaube, die ersten zwei Spiele hat es ein bisschen gedauert, um sich zu finden. Das ist normal, aber ich glaube, langsam fühlen wir uns wohl zusammen und es macht einfach riesen Spaß, jetzt gerade mit ihm zu spielen, weil er einfach ein super Spieler ist. Es ist auch gar nicht so einfach, mit so Routiniers zusammenzuspielen als junger Spieler, wie dir und Wolfi. Ihr seid so gut miteinander abgestimmt, euch kann man die Augen verbinden, aber so langsam ist der Läubel auch dabei, das eine Auge könnte man schon verbinden. So gut versteht ihr euch schon, oder? Ja, wie gesagt, es dauert immer seine Zeit, aber ich glaube, es wird noch besser, denke ich, aber es ist schon auf einem guten Weg. Lass uns ganz kurz über die Mannschaft sprechen. Ihr seid gut drauf. Gut, jetzt ist es in Nürnberg, habt ihr einen kleinen Ausrutscher gehabt, aber Nürnberg hat auch sehr, sehr gut gespielt. Es gibt Mannschaften, die schaffen es gegen euch, auch ein bisschen das Tempo wegzunehmen und euch so zu besiegen, dass ihr am Ende denkt, Mensch, so schlecht waren wir gar nicht, haben aber verloren. Ja, ich glaube, wir müssen uns einfach im Klaren sein, dass gegen uns, oder jetzt gegen München, das sind so Spiele für andere Mannschaften, die streichen sie sich im Kalender ein, sagen wir, den Großen wollen wir am Bein stellen, das sieht man im Fußball, gegen den FC Bayern spielt nie irgendjemand schlecht. Das ist einfach dann die Mannschaft, die dann besser spielt und das müssen wir einfach im Klaren sein, dass wir, egal gegen wen, einfach ein gutes Spiel abliefern müssen, weil gegen uns keiner irgendwie aufgeben wird oder uns irgendwas schenkt. Im Gegenteil, die geben mehr Gas gegen uns, weil sie wissen, wenn wir gegen die gewinnen, es gibt viel Aufschwung für die anderen Mannschaften und ja, und das macht dann unsere Arbeit natürlich nicht leichter. Ihr müsst euch aber heute sicher nicht motivieren, der Gegner von heute muss sich auch nicht motivieren, es ist ja wirklich ein Prestigeduell geworden, die Adler gegen Red Bull München, also wie ist die Stimmung in der Kabine momentan? Ja, natürlich freuen sich immer alle auf so Spiele gegen München zu spielen, macht als Spieler, muss ich sagen, von meiner Seite aus sehr, sehr viel Spaß, weil einfach das Niveau auf dem Eis sehr, sehr hoch ist, sehr, sehr schnelles Spiel, es sind sehr, sehr gute Spieler auf beiden Mannschaften und deswegen immer viel Offensive, sehr, sehr gut defensiv und es wird wirklich ein schweres Spiel, aber es macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ganz kurz noch zu deiner Playlist, zu deiner Musik, die nachher beim Warm-up gespielt wird. Du bist eher einer, der so normale Musik hört, so ein bisschen Queen, ein bisschen solche Sachen, also da ist kein Rap, kein Metal, kein gar nichts, sondern ganz normale Musik, die könnte im Radio laufen. Ja, das musst du ja gut wissen. Ich weiß nicht, ein bisschen Oldschool, ein bisschen Elton John, alles dabei, Queen, wie du sagst, ich genieße einfach die ältere Musik, wie du sagst, normale Musik noch, das ist genau mein Ding, ja. Alles klar, viel Spaß beim Spiel heute. Danke.